hallo meine cremigen freunde willkommen zurück zu einer folge evil within ja gerade eben in der folge davor sind wir ruby begegnet und als kopie natürlich auch weil gegen die kopie haben wir gekämpft die nicht sonderlich stark war das ging mal kurz ein bisschen peng peng tot war nun mal ging es mir immer so wenn ich gegen gegner gespielt habe die haben mich erst mal acht mal erledigt dann konnte ich sie töten super sache ja wartet so musste das mikro mal ein bisschen richten mit ihr auch das gequitsche vom stuhl besser hört dann drücken wir mal palais so wo müssen wir jetzt hier schön entlang latschen da kann man ja da können wir auch nicht mehr hin das kann doch nicht wahr sein wir sind uns ja nur am teleportieren ist ja der hammer hier stimmt sein häuseligen scherben auf dem boden okay ist das sein werk ich gehe davon aus dass sein werk ist von welchem soll es sonst das werk sein ich hoffe es ist okay sie wissen schon dass mich niemand ersetzen könnte ja lauf immer schnuss auf uns zu und halb durch und durch hast du bist eine tante ehrlich weil ich schon lange gespeichert habe speicher ich mal möchte diesen spielspann wirklich überschreiten sprintfähigkeit wichtigste bin ich jetzt fest von überzeugt sehr wichtig ob das ausreicht ich glaube 5000 ich spare auf sprintfähigkeit ist mir egal können kommen was wolle ich mach doch nicht jetzt gibt nicht irgendwas immer aus für sachen die mich nicht so viel nutzen wie der sprint weil am meisten bin ich am weg laufen weil ich nicht viel munition habe und daher die munition rarität ist ach so ist das weil normal ist ja in einem räumchen das ist schon mal gut kontrollpunkt erreicht finde ich immer gut ach du scheiße guckt euch das mal an da ist einer scharfschlitzemunie nur streichholz aber das ist auch okay was denn jetzt hallo da fährt was runter ich will nur wissen ob man die ob man die treffen kann erst mal ihn hier unten weil er ist der der am nächsten dran ist nein den einschluss hier musste ich was mit ihm erlebt wieder ja ich glaube der will die mich befreien der penner so was ist mit ihm warum so jetzt muss ich mich jetzt erschrecken und überraschen oh nein so ein kack was ein blöder bug so hätte man wenigstens ein bisschen munition geben können aber das ist auch okay oh nein ich wollte schon sagen jungs na geil nein nein ja ihr seid auch noch dran erst mal gucken wo ich hier lang gehen muss könnte ich glaube die kommen alle hier unten raus also das heißt die einmal wegschnetzeln oh hilfe wie assi ist er denn so mach mach bumm so gefällt mir das mach bumm mach bumm mach bumm wo willst denn du hin komm der muss da runterfallen lass dich mit hoch du penner ich verprügele dich man ich verprügele dich man der arsch hat mir keine muni gegeben hab ich noch ja urmagnum wie viel sind da oben noch drin penner penner ich habe 1 ich habe 1 na komm schon gucken wir mal der andere revolver das sind echt ja ok dass eine magnum stärke ist als eine andere revolver ist ja logisch aber laut den punkten die ich mir da die werte ich mir angeguckt habe ist mein modifizierter revolver besser als die magnum aber das ist vollkommen ok ja keine nur die 2 nur die 2 versuchen wir es mal hier nichts was keine gefahr wie es aussieht da ist ein gelee gel drin da dann flitzpiepen wir mal runter ne also in jedes tünnelchen mal reingehen mal das licht ausmachen stört perfekt und glück gehabt wollen wir da fast so schießen jawohl und viele granaten es ist ja mal optimal hier ich kann mich schon wieder irgendwas kräften 3 nehmen wir so auch wieder streichhölzer ach du scheiße den habe ich oha die kommen hier hoch ich habe auch eine kettensäge das ist eigentlich nur der motor hinter mir ja lauf doch du bist ein typ da lassen wir noch nicht stehen hm könnte ich erwischt haben so was mit dem ding hier warum ist das so arsch langsam nein also die fallen schnell runter jeder braucht noch einen schuss oha ne nicht er schon wieder mhm 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 selbst in Brand gesteckt das ist immer optimal mhm 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 so die brennt schon mal alle mhm wie auf so einem Silbertablett bin ich hier und mein Aufzug ist extrem schnell der ist so schnell ist der Hammer was ein schneller Aufzug Wahnsinn äh ich spring mal ja genau springt er fast raus und tötet sich selber was ein Typ ja klasse du Penner war Muni aber egal ist hier hinten was da hab ich nichts ich auch nichts wahrscheinlich schüttet das ein sobald ich drüben bin sowas ist meistens guck mal ach ne blöder automat oh ich kann was drücken ne ist ja geil oh also zweimal kann ich drücken ist hier noch so einer ob mich jeder sowas rausgibt sowas scharnuckeliges oh ich hör die Musik wieder von der Tante oh dritt was ist da drin ich will so mit dem Automaten ne wundermach ne jetzt freu ich mich nicht da hat sich der bestimmt tic 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 ah ich hab einen Spinschlüssel da muss ich sowieso rein jetzt hab ich gerade überlegt ob ich zu wenig Punkte hätte um mir die Sprintdauer zu erhöhen Tagebuch Tagebuch von Sebastian Castellanos 11. Juli 2012 seit dem Unfall sind fast 6 Monate vergangen Mira und ich leben uns Woche für Woche immer weiter auseinander ich muss stark bleiben es ist so leicht meine Gedanken in Whisky zu ertränken solange es meine Arbeit nicht beeinflusst kann ich in meiner Freizeit tun und lassen was ich will endlich hat sich Mira mir gegenüber geöffnet aber ich bin nur noch mehr in Sorge um sie als zuvor ich weiß nicht was schlimmer ist dass Mira allmählich paranoid wird und ihren Verstand zu verlieren scheint oder dass ihre Vermutung das Feuer sei kein Unfall gewesen wahr sein könnte ich sollte ihrem Instinkt vertrauen aber wenn sie recht hat möge Gott demjenigen beistehen der dafür sie der dafür die Verantwortung trägt sie natürlich einmal schön verlesen und da sind wir wieder schon wieder hier ja normal ich verliere den Verstand Kollege das glaube ich dir fühlen sie sich besser ja du hoffentlich tue ich jetzt mal einen Spind wählen damit ich was besseres kriege so was 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 ganz doof ist so einfach mal so eine Ecke oder hier das ist wertvoller yes Sprintdauer erhöhen perfekt ich wollte immer die falsche Tür nehmen ist das okay so 9000 wär das das kann ich auch nicht 25 Waffen Nachladegeschwindigkeit weiß ich nicht oh ne war falsche Waffe Nachladegeschwindigkeit könnte ich bei dem erhöhen aber ist ja auch nicht viel die Menge der Magna-Motion die zusätzlich mitgeführt werden kann die kann ich neu erinnern aber benutze ich oft und tschüss guck mal hier schon viel besser mit dem Sprinten und sie sprinten lohnt sich echt es kommt echt immer oft vor dass du irgendwo bist und willst zum Munition rennen dann fehlt dir die Aussage und die Leute erst mal stehen und atme durch neben ihm steht ein Zombie was ein Typ wie geht man die Dame die fehlt dir auch die haben wir schon die ganze Zeit nicht mehr gesehen Alter boah toll 2000 ich dachte das wäre jetzt immer so 15.000 oder so so ein riesen Boddich und dann kommt da so wenig bei rum tja ja dann gehen wir mal ich dachte das Fenster doch nicht ja immer schön absuchen wer weiß was sich noch hier wo verbirgt oh da siehste Streichhälter nein wieder Wasser da sind einige ich muss schnellstens darüber ja aber wie Nein nicht so noch so ein Wasservieh die sind scheiße oha oha und schon wollte ich mal gefressen von dem super Sache er geht auch nicht auf den Wagen drauf toll Sack aber wie komme ich denn jetzt da jetzt mal ganz im Ernst wenn ich einmal im Wasser bin habe ich die Arschkarte gezogen oder wie oder muss ich mich einfach beeilen okay so ich bin im Wasser aber ich glaube ich weiß wo ich hin muss also ich kann nicht auf den Bus drauf und nicht aufs Auto also gehe ich von außen ist man immer und dann muss ich schnell sein einfach schön elegant durchschwungen das kriege ich jetzt hin das werde ich jetzt auch machen also heißen es abwarten und Tee trinken na komm schon Kopfschul schon durch Junge Leiter ist immer gut ich hasse das Wasser da ist er wieder der Arsch ja meine cremigen Freunde das sind wir jetzt auch schon am Schluss der Folge und unsere besten Freunde diese Wasserratten nein irgendwelche Mutanten die aus dem Wasser kommen verfolgen uns doch wo ich mir gedacht habe ich habe es einmal geschafft dass mich irgendein Gegner nicht frisst doch auch der hat mich gefuttert zweimal man muss Sebastian Lecker sein ja ich denke mal die werden uns jetzt doch noch ein bisschen weiter begleiten aber wir werden schauen vielleicht können wir den jetzt ja gerade aus dem Weg gehen werden wir auf jeden Fall alles in der nächsten Folge sehen deshalb da auch wieder einschalten und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zur nächsten Folge macht es gut und ich bedanke mich